so einen wunderschönen liebe zockermannschaft wir sind wieder zurück in unserer kleinen siedlung und nastos ist fleißig an rüben pflanzen sehr geil ansonsten die bären hat jemand noch nicht gemacht okay was sind wilder champion ein wildes champion greift dich an nein dem packen wir dann gleich mal zu unserer infamien hier wird wieder fleißig gebaut und geschlafen hier ruht sich erst mal aus kann man machen so apropos da fällt mir ein truhe mit gold nein eigentlich nicht eine große kiste ja wie war es mit punkt und komma kann man dings knock dann würde ich mal sagen packen wir mal das ding erst mal hier hin und zack da ist eine kiste hier eine kiste dort eine kiste jetzt keine ahnung ob ich jetzt die doppelt habe da ist noch eine kiste hier oder sind sie jetzt alle keine ahnung was rufus ist da groß katastendruck für mich ich habe 20 gold ja man kann sagen nichts eine schöne große kiste habe ich die jetzt verkauft ich habe sie jetzt platziert eigentlich was verkaufen einen haufen leben habe ich 9 aber so macht man soll so ok weil ich wollte doch das hier kann nicht gemacht werden weil uns kräuter fehlen habe doch gesagt ich will kraut ach es liegt schon da aber niemand wird abholen so 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 na du hast du hunger ja was können wir die jetzt geben reich kacke die sind alle fleißig am bauen die sollen auch bauen weil wir brauchen arbeit ändern trapper trapper und wir brauchen ganz schnell was zu essen unseren kleinen hier ja immer jag mal hüpf 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 mal hier irgendwas ap befriendet mit mr bionds Ziemlich mal gespannt. Was macht der? Der räumt auf. Willst du nicht zuerst hier ein paar Fällen legen? Erste Falle. Jetzt müssen wir nur warten bis da irgendein Viech reinläuft. Sollte ja eigentlich kein Problem sein, oder? Da sind Hasen. Om nom nom. Ja, lecker Hase. Die Dinger wurden immer noch nicht abgeerntet. Mensch Leute, was seid ihr? Ihr seid Rosen. Ah, jetzt. Der Wolf ist jetzt fleißig am abernten. Perfekt. Und der Hund ist schon am, äh, hier der Wolf ist schon am Essen. Tatsächlich. Na, schmecken dir die Beeren, kleiner Fuchs? Nom 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 nom. Hat aber irgendwas, hat was von so ein Vogel immer so, tak, 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 nom nom nom. So, unsere Kartoffeln wachsen auch langsam, die Rüben. Hier gibt's lecker Futter. Und die Dinger wurden immer noch nicht eingesammelt, kann ich nicht sagen, einsammeln, plündern. Plündern mal. Da, nimm mal mit. Sammel. Äh. Doch, jetzt. Na gut. Was haben wir hier? Oh. Rucksack. Und zwar Seidenball. Oh, Mist. Kein Wunder, dass es nicht klappt. Wir brauchen Kraut. Oh. Ist hier keine Kräuter? Da sind Steine. Da greifen die uns gleich an. Nina. Äh, da. Genau. Mach sie fertig, Nina. Nina. Nina, unsere Verteidigerin. Ja, sieht gut aus. Auf dem Leben verloren. Läuft. Oh, da ist schon das erste Tier gefangen. Ein Eichhörnchen. Ich bin voll dafür, dass wir das gleich mal zu Essen verwandeln. Und gut weg damit. Und die lassen. Na, was lassen sie fallen? Normale Steine, oder? Ja, Steinbrocken. Und weg mit dir. Erfolgreich. Eliminiert. So. Schlafdinger haben wir auch überall. Und da ist ein Champion. Unreif. Ah, okay. Ihr habt ja jetzt schon alles gegessen. Mhm. So. Wir haben doch jetzt... Nein. Wir brauchen Kraut. Oh, hier ist Kraut. Hier muss doch irgendwo Kraut zu sein. Kann nicht sein, dass wir eine Krautleere Gegend haben. Ich fasse es nicht. Wollt ihr mich verarschen? Bären. Pilz. Bären. Hier ist echt kein Kraut. Es gibt kein Kraut. Auch vorbei. Es gibt kein Kraut. Hm. Boah, ist doch kacke. Hier ein kleines Krautfeld hin, oder? Nein, das wird ein kleines Feld nur. Kann man überhaupt sein pflanzen? Glockenblumen. Das ist zum Beispiel nötig. Pharma Level 1. Können wir also noch nicht anpflanzen. Voll. Mist. Na, du willst da rein? Na komm. Bam. Hihihihi. Da ist unser Abendbrot. Verkackter Waschbär. Haha. So. So, wie sieht's aus? Ist fertig, oder? Na komm. Anklicken. Herzlichen Glückwunsch. Es ist fertig. Komplett fertig. Tatsächlich. Ja. Haben wir unsere beiden neue Häuser jetzt schon mal fertig. Gucken wir mal, was Happy Baum kann für uns. Ähm. Ein Meißel. Ein Meißel. Ne, das machen wir noch nicht. Aber wir könnten davon mal 20 herstellen. Um die Dinger mal bisschen zu dingsen. Genau. Für eine spätere Verwendung. Dann type ich erstmal wieder was zu tun. So, jetzt haben wir Hammer und Meißel. Ähm. Wo ist ein Hammer und ein Meißel? Da. Ich kann jetzt keinen da jetzt dran schicken. Alle haben ja ihre Aufgabe. Ist jetzt blöd. Wir brauchen Nahrung. Hoffentlich wurde schon abgeerntet. Stimmt, oder? Die Rüben wurden schon abgeerntet. Dann haben wir eigentlich Essen. Dann müsste doch eigentlich am nächsten Tag eine neue Person kommen. Dann können wir sagen, dass Elby hier sich den Steinmeißel schnappen soll. Ein einfacher Händler ist da und verkauft waren. Was hat der denn für uns? Was können wir den eigentlich verkaufen? Ähm. Der Topf mit Rosen. Ja. Verkaufen wir mal. Genau wie diese Holzlaternen. Aber auch nicht wirklich. Haben wir davon. Hm. Die Müllstücke können wir auch verkaufen. Was haben wir hier noch? Kiefer und Eiche. Wacholder. Wacholder. Jeweils auch nur ein. Ne. Mist. Das haben wir verkauft. Oh. Egal. Passt. Aber was ist mit Nina? Kann man die nicht schlafen schicken? Weil ihr geht es nicht besonders gut. Was? Du hast Durst. Durst. Du hast. Komm hier. Wo ist eigentlich mein Wasser? Ich habe doch gesagt, ich will am Wasser. Ah, da. Wasser. Ach ne. Dann muss ich ja einen Brunnen bauen. Äh. Nicht gut. Bedeutet. Ja. Kacke. Jetzt müssen wir doch irgendwie irgendein. Moment. Nächster Tag. Vielleicht haben wir Glück und das Essen, was wir jetzt gespeichert haben, reicht. Für die neue Person. Na, wann kommt das Daily Update? Na komm. Na komm. Wo ist das Daily Update? Ich brauche unbedingt das Daily Update und eine neue Person. Hm. Wie sie sehen, sehen sie nichts. Ein Daily Update. Denn. Na. Klick doch hier. Achso. Ha. Ich muss es ja auch noch an linksen. Okay. Da. Daily Update. Endlich. Nein. Uns fehlt immer noch Essen. Och. Ah. Ungünstig. Was machst du denn hier? Oh. 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 Muss ich jetzt nicht verstehen, oder? Aber das Holz sind langsam überhand. Ja. Da müssen wir nochmal ran. Ähhhhh. Nochmal 20. Ne. Zehn reichen eigentlich. So wie sieht es eigentlich hier aus? Hier wollten wir es eigentlich komplett weg säbeln. Können wir schon mal die Bäume hier wegreißen. Was war das? Tunnel. So war das. Kann das schon mal weggemacht werden? Können die überhaupt vier hoch? Klar, vier Hose, kein Problem. Nastos Farmer Level 1, perfekt. Den können wir ja jetzt Dings Stufe 3 machen. Mal gucken. Fünf, vier. Den können wir da als Kraut. Heilkraut. Den nehme ich Locke und Eis. So, hier oben habt ihr abgeholzt. Sehr gut. Kann ich ja sagen, wenn man schon mal dabei ist. So. So. Untertitelung. BR 2018 Ja, perfekt. Oh. Dann müssen wir es so machen. Hoffentlich klappt es so, wie ich mir das denke. Aber da hat es ja auch geklappt. Oh, was haben wir hier? Kupfer. Einfach so hier Kupfer rausgeschlagen, okay. Geht. Ich sehe aber hier keine einzige Kupferader. Hm, gefällt mir. Das Lager wird immer voller. Und Happy arbeitet nicht, oder? Wo ist ein Happy schon wieder? Happy schläft. Am helllichten Tag. Läuft bei dir, Happy. Machst du toll. Ja, der ist ja hier unser Nachttyp. Ja, das ist jetzt blöd, das nur. Okay, Moment. Das müssen wir dann nochmal ändern. Das Feld. Noch erneuern. Äh, löschen. Löschen. Machen wir den um eins größer. Da kommt Eis. Und da kommt denn Glocke. Na, ich glaube, Ingo allein schafft das nicht. Die zu bewirten. Wird schwierig. Ah, Happy ist wach. Happy arbeitet wieder. Und wir brauchen Wasser. Unbedingt. Ah, ungünstig. Wie nehmen wir denn? Hm, Jens. Äh, Jens, mach mal hier ein bisschen. Deiner Haki Haki. Erstmal. Sonst kommen wir hier nicht auf einen goldenen Zweig. Oder wie sich da heißt. Aber hier könnten wir... Oh, nichts ist, äh, nicht gut. Äh, Essen und Trinken kommt hier rein. Äh, japp. Dann haben wir erst mal wieder Platz. So, Jens. Du machst dir jetzt erstmal hier so eine Holz... Äh, so ein Stein-Ding. Hm. Der Zaun. Steinbrunnen. Level 2. Okay. Da haben wir einiges noch vor. Was bauen wir denn in der Zwischenzeit? Nicht möglich. Warum denn? So, weil das Ding erst noch gebaut werden muss. Wo ist es denn? Haben wir es gebaut? Wo ist es? Da ist es. Ist es ja, oder? Ja, da ist die Werkbank. Du, 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 du. Die packen wir denn mal hier hin. Und es speichert. Und ich würde sagen, äh, das war's. Erstmal für, äh, diese Aufrufe. Ich würde mal sagen, äh, Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.